ich glaube sollte stufe vier erstmal abarbeiten zum heilkreis ach das ist ja unser baum stimmt heimatbau stets doch so wohin ach das ist die die abschiedszeremonie für sein die kran also hallo mein freund ich habe kräuter für dich und noch etwas sarenthu und aranahe sind freunde und in unserer letzten stunde sollten wir stets freunde um uns haben die sarenthu doch nicht ihr seid zurück zum ende meines lebens meine großmutter liebte einst einen von euch ich wuchs mit den liedern deines clans auf vielleicht singt unser sarenthu freund ja ich kenne ein lied nicht den text aber mh 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 ich werde hier von diesem moment erzählen bei natürlich wenn es soweit ist bin ich an deiner seite regnet es eigentlich schon kommen reden wir draußen weiter glaubt nicht und die vor ich folge die unauffällig dein freund wirkt mutig obwohl er stirbt wozu dient mut im tod die toten fürchten nichts nur die liebenden können etwas verlieren solch ein verlust geht uns sehr nahe wie bei meinem freundix zu kiri der hat kürzlich einen freund verloren du hast meinem freund in seinen letzten tagen frieden gebracht vielleicht kannst du zu kiri helfen die sarin to haben mit geschichten gemeinschaft geschaffen ich versuche es du machst ihnen alle ehre zu kiri verbringt gerne zeit in weberblüte ich denke dort findest du dem wahrscheinlich beim trauern so findest du dem wahrscheinlich beim trauern schießerei was ist hier los auf wen schießt ihr schießt ihr So, Loot, Loot, ist das noch einer? Nee. Da. Nummer 3. Da. Da. Zerstört. Ihr Schweine hat Kenny getötet. So, dann befreien wir mal den Hasen. Okay. Weiter geht's. Da höre ich schon wieder was. So, dann befreien wir mal den Hasen. So, dann befreien wir mal den Hasen. Ein Kisten. Tipptopp. Da sind wir richtig. Ist der etwa schon vorgegangen? Da. Wo ist die Muschel? Hey, Deko. Nirgends. Warum sollte ich mein Leben für seine großen Räden riskieren? Bis dann. Okay. Da war es. Tini. Tini. Gai dachte, du könntest hier sein. Suchst du nach irgendwas? Äh. Nichts, was gefunden werden kann. Mein Freund Hey, Deko liebte Streiche. So wie Entdeckungen und Abenteuer. Er wollte mir weiss machen, hier oben ein buntes Schneckenhorn gesehen zu haben. Hier? Dieser Lügner. Ich habe ihm nicht geglaubt. Er wollte das Horn wiederfinden und mir das Gegenteil beweisen. Dann starte er bei der Stadt. Der Narr. Wäre es trostreich, es zu finden, etwas zu haben, was deinem Freund wichtig war? Es existiert nicht. Das ist nur einer seiner Scherze. Mehr nicht. Er behauptet es in den Klippen in der Nähe des Blütenlagers gesehen zu haben. Er sagte was? Da. Dann gehen wir doch da einfach mal hin. Na ja, da oben. Okay. Was hast du gefunden? Hier ist irgendwo was. Was? Oh, ne. Nö. Nö. Wann zeigt er mir die hier nicht an? Ja, geil. Da ist er. Da ist er. Wann ich da jetzt noch einen Wegpunkt setzen könnte, ne? Da ist er. Da ist er. da kommt erst mal das horn holen weil sie so ein horn liegt was macht ihr hier es hat was abgestürzt ja jetzt wieder zurück zu ihnen aber jetzt will ich die blumen hier haben so eine ahnenblume kommen wir mal darunter vielleicht ist hier ein eingang ach so es war ein blitz ach der blitz ist der eingeschlagenen baum wie geil ist das denn ist der baum mir zu gekrachten so uns irgendwo doch im eingang sein und diese blume zu bestäuben sagen jetzt mal hier ist das nicht die wo ich schon war aber so ähnlich war auch wieder gut so war das oder so genau aber das ist gar nicht so so eine blume wie vorhin auch schon in der höhle da gibt es kein option gibt es kein ahnengedöns einfach nur skill punkte aber okay ist ja vollkommen in ordnung so das heißt wir müssen dahin wieder hin gehen wir hier am besten hoch hoffen dass wir nicht vom blitz getroffen werden das ist was anderes hier das so das web teilen oder ja okay wir wollen aber dahin nichts passiert gute neuigkeiten ich habe der kurs schneckenhorn hier zur erinnerung an deinen freund das war keine lüge und ich dachte er wolle mich ich bin ein geschrecklichen freund dicks er versprach dass ich verstehen würde wenn ich in diese schnecke blase schaurig und gequält so entschuldige ich mich bei ihm wenn die masche zieht wie der blaue elefant das soll der gequälte klang sein denn edeko meinte gequält trifft es ganz gut edeko hat mich wieder erwischt wenn ich ihn in Ewa treffe erzähle ich ihm davon ich freue mich auf seine reaktion abgeschlossen da das beste ist nochmal oder zeigt es mir sogar an nur aktiv und keine gegner doch da hinten und da okay gar nicht so viele lande da können wir ja mal gucken gehen ne pneumatischer turm alpha den brauchst du nicht auf die karte anzeigen ich bin nämlich schon da da kommt er wieder da und da hinten und da drei sachen muss ich benutzen einschalten wäre es vielleicht cleverer wenn wir hier oben anfangen und uns dann runter arbeiten oh das sind immer mehr okay danger was ist das oh oh ein schwerenbogen habe ich ja das könnte probleme geben alle beide patrouillieren da okay das war schon mal nicht schlecht boah das sind echt viele alter was war das was war das fuck Moser wooh oh 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 Wir haben sie gescheitert! Alle gescheitert! Amor! Du hast hier gesagt! Du hast hier gescheitert! Da! Oh, 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 oh. Okay. Ja. Steht da immer noch ein, ne? Ne. Sabotieren. Das ist dann die Kühleinheit. So. Bam. So, Natur gerettet. Oh, was haben wir denn hier? Das ist aber eine fette Basis. Wie lang habe ich das zugelassen? Ich muss etwas tun. einprägen oder das mache ich wenn wir das denn gerettet haben oh du bist es ich dachte ich wäre alleine meine Mutter Naouk zog sich hierhin zurück nach langen Diskussionen bevor die Himmelsmenschen das Land vergifteten ihr geht es schlechter seit sie das nicht mehr tut ihre Wut beherrscht sie als ich sie damit konfrontiert habe endete es mit lautem Geschrei sie hört mir nicht einmal zu der Klan hat sie vorher schon kaum noch toleriert aber jetzt könnte sie selbst für den Oloektern zu viel sein ein Schandfleck für meine ganze Familie hier war sie also ruhig? ich weiß es nicht es soll ihr einfach gut gehen aber die Giftwolken der Himmelsmenschen töten hier alles die Maschinen sind schuld wir müssen sie ausschalten es ist Verderbnis ein hässliches Wort für eine hässliche Sache eine solche hässliche Struktur der Himmelsmenschen ist in der Nähe wenn du die Verderbnis aufhalten kannst wird meine Mutter vielleicht wieder die gute alte Nervensäge bestimmt das sollten wir wohl hinkriegen ich sehe eine Aushubmaschine die den Seegrund absaugt sieht übel aus Stiefel wären gut ich werfe einen Blick auf den Plan da das muss es sein ich wette die Kabel an den Bohrarmen kannst du leicht erreichen das ist ein Kampfkopf und es ist einfach schwierig mit unterstützen aus der Luft ich muss schon sagen ich muss ja fast echt nur nöden wie fühlst du das? wo 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 das sind eine Menge diese Feuchtigkeit trägt mir die Knochen diese Feuchtigkeit erwärmlich da hinten muss ich hin okay gucken wir mal da an den Kasten aber hinschleichen klappt doch da auf gar keinen Fall so wie die sich das immer vorstellen okay wir gucken mal na so einer bist du das geht also ich gehe jetzt nicht wirklich davon aus aber hey ich versuch's mal oh oh erwischt wo sind andere? da oben ich soll da hoch nee da muss ich hin das mache ich jetzt auch noch mehr? da oben alter habe noch nichts gefunden habe noch nichts gefunden ta dumm haha ohne Opfer außer mich anscheinend ist das da oben habe noch nichts Ich hatte Hilfe. Wir mussten den Ort retten, Mutter. Oh, wieso kann ich das jetzt nicht mal einprägen? Es hieß, du seist bereit gewesen, allein gegen alle Himmelsmenschen zu kämpfen. Egal. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Die Verschmutzung durch die Himmelsmenschen hat nachgelassen. Ist wohl dein Verdienst? Bist du Naouk? Wie Philo wollte helfen. Indem sie sich kopfüber in die tödliche Luft der Himmelsmenschen stürzt? Als ob wir nicht schon genug Sorgen hätten. Ich wollte nur wissen, was dich hierher zieht. Hier finde ich Gleichgewicht. Ruhe und Frieden für mich allein. Ich weiß, dass meine Worte manchmal zu scharf und direkt sind. Ich brauche deine Hilfe nicht, Tochter. Ich wollte immer nur, dass du mich verstehst. Es ist egal, was ich dir geben kann, Mutter. Wie oft wird Gatnat noch gültig sein, bevor du wieder als untragbar aus dem Heimatbaum verbannt wirst und aus unserem Leben verschwindest? Da Heiwu und ich, wir brauchen dich. Tu dir das nicht an. Bitte, nicht nochmal. Dieser Ort war stark verschmutzt. Nicht wahr? Nun ist er... Wunderschön. Pico Bello. Vieles kann wieder in Ordnung gebracht werden. Dann lass uns noch etwas bleiben. Wir können gemeinsam ein Gleichgewicht finden. Okay, versuchen wir es. Wie funktioniert das hier? Hier bleibe ich noch ruhig. Später schreie ich meine Wut in den Wind. Was ist das? So zerstreue ich meine Sorgen, bis ich die Leichtigkeit wieder in mir spüre. Wir brauchen alle einen Moment der Ruhe. Ah, dann muss ich dann da her? Oh. Es ist wirklich wieder schön hier. Wie früher. Der heiße Draht. Ist nicht die alte Höhle in der Nähe, wo ich fischen lernte? Wow. Und man hat nur drei Versuche, so wie es aussieht. Nicht so schnell, nicht so schnell. Komme ich nicht hinterher. Und man hat nur drei Versuche, also ich glaube, das ist was, was man notfalls auch ausschalten kann. Aber es geht ja. Alter. Das ist hier ein Intelligenztest, oder was habt ihr vor? Reicht jetzt. Alter, ihr habt einen Schuss. Und schon bin ich wieder froh, dass ich so einen kleinen Monitor habe und doch nicht den 55 Zoll Fernseher angeschlossen habe. Das wäre dann nämlich etwas schwierig. Vom Blickwinkel her. So, gut jetzt. Ja. Dieses Land, diese Schönheit, gezeichnet in so vielen Formen. Solch unglaubliche Wunder überall. Sie müssen beschützt werden. Genau. Das ist etwas, an das die Sarentu alle Welt erinnern wollten. Dieser Ort, er ist so einladend. Man möchte sich einfach setzen, die Aussicht genießen und jede Sekunde für immer im Gedächtnis behalten. Wie eine Geschichte, die erzählt werden will. Ist das, entstehen so die Geschichten der Sarentu? Es muss noch mehr solcher Orte geben. Und mehr Geschichten. bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020